Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gerade jetzt läuft ja die Aktion Schweizer Wandern. Machen Sie mit? In den grossen Coop-Centern und in den Coop-Warenhäusern finden Sie praktische und preisgünstige Wanderausrüstungen für die ganze Familie. Gute Anregungen gibt Ihnen der prächtige dreisprachige Bildband die schönsten Panoramen der Schweiz. Auf 102 Seiten hat es 63 meisterhafte Panoramaufnahmen von der vielfältigen Schweiz in Stadt und Land. Ganz eindrücklich sind die rausklappbaren Doppelseiten. Dank diesen speziellen Wandervorschlägen kann man zu Hause schon alles miterleben. Dieser prächtige Bildband gibt es jetzt bei Coop zu einem einmalig günstigen Preis. Besonders geschätzt in den Ferien und in der Sommerzeit sind die fixfertigen Menü, die einem sehr viel Arbeit abnehmen. Vor allem die Midi-Spezialitäten. Trêteur Rindfleischsalat, Reiss mit Fleisch und Champignons und Ratatouille à la Nissoise. Oder Dorina Delice, die fixfertige Salatsauce. C-Frisch ist reich an Vitamin C und Crème Vanille, das fixfertige Dessert. Sie sehen, Coop hat wieder aktuelle Sommerangebote für Sie parat. Und jetzt ein neuer Beitrag von Coop zur Teuerungsbekämpfung. Achtet Sie auf das einmalige Angebot für Coop Sonnenblumenöl. Die Coop-Extra-Aktion von morgen bis am Samstag. Und jetzt steht das Baby im Mittelpunkt. Das Baby, das zufriedener ist, weil es einen trockenen Po hat. Dank den neuen Pampers mit den vielen kleinen Grübeln auf dem trockenen Tüchli. Darum ist der Po vom Baby noch getrocknet durchs ganze Wickelalter. Dann die neuen Pampers mit den Grübeln gibt es in den grossen Coop-Center und Coop-Warenhäusern. Von Mini bis Maxi für jede Babygrösse. Vom ersten Tag an braucht ein Baby sehr viel Nährstoff. Galactina, Ihre Vertrauensmarke bei Coop, sorgt dafür, dass Ihr Kind immer die gesunde, ausgewogene Nahrung bekommt, die es braucht. Und dass es auch unterwegs auf seine gewohnte Kost nie verzichten muss. Die beliebte Galactina-Mahlzeite gibt es bei Coop für jedes Babyalter. Profitieren Sie jetzt von den stark reduzierten Aktionspreisen in Ihrem Coop-Laden. Und jetzt schaut man noch in die Studienküche, dort gibt es sicher wieder etwas Gutes. Dankeschön. Heute greifen wir beim reichhaltigen Coop-Frischangebot zu. Das sind sie, die frischen Zudaten für ein spezielles Reisrezept. Peperoni-Reis mit Champignons für vier Personen. Eine mittelgrosse Zeebelein wird in zwei Esslöffel Coop-Olivenöl angedünstet. Dann kommen 200 Gramm Peperoni in viele Streifen geschnitten dazu und 200 Gramm Champignons. Jetzt geben wir den Reis dazu. 300 Gramm Aporion oder Vialoni. Abgelöscht wird mit 6 Deziliter Bouillon. Gewürzt mit einer Prise Safran und einem halben Teelöffel Salz. Das feine Rezept, Peperoni-Reis mit Champignons, finden Sie in der Coop-Zeitung von dieser Woche. Ich wünsche Ihnen einen guten. So, wir danken Ihnen fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mittwoch. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop Gala-Frischeier-Teigwaren Hörnli Fein, 2500 Gramm, nur 2,60 Gramm. Arni-Biscuit Domino, zwei Pakete, nur 2,80 Gramm. Wärndli Chocop-Tiböhr, nur 2,10 Gramm. Landjäger im Netzli oder Wackverpackt, zwei Paar, nur 2,20 Gramm. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag, Öpfelsprudel pasteurisiert und kohlesäurehaltig, 1 Liter, nur 80 Gramm. Neue Herdöpfel, inländisch, Netz, 1,5 Kilo, nur 2 Franken. Und das ist Coop-Extraktion vom Donnerstag bis am Samstag. Sonnenblumenöl, zweimal 1 Liter, nur 6,90 Gramm. Hier noch der aktuelle Preisschlager. Dentalux Zahnbürste mit geraden Borstenstellungen, Junior, zwei Stücke, nur 3 Franken. Anti-Plug, zwei Stücke, nur 3,50 Gramm. Und mit V-Form, Hart, zwei Stücke, nur 3,50 Gramm. Auf Wiedersehen.